Hallo und herzlich willkommen zu Das schaffst du nie Classics. Macht mal richtig Lärm. Meine Faust macht gleich Jojo. Wo wir euch das Schönste aus den Archiven von Das schaffst du nie zeigen. Mein Bart ist zu kurz, meine Rhymes nur in kurz. Oder auch peinlich. Ja, ich weiß nicht, ob es das schönste ist. Oder schlimm. Es ist auf jeden Fall quasi im Moment nicht öffentlich, also jetzt schon wieder öffentlich. Also wir machen wieder was öffentlich, was nicht öffentlich war. Film ab. Seit Tagen kann ich nicht mehr schlafen, weil ich mich so auf diesen Tag freue. Herr Meinberg, Ihre neue Aufgabe. Guck mal, wie der da auch aussieht. Wie Nick Carter in seinen schlechtesten Zeiten. Süß. Süß sehe ich aus. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen, weil ihr seid alle so scheiße gut drauf. Guck mal, ich habe mir den Pulli angezogen. Oh. Wenn das nicht alles über den Style dieses Mannes sagt, diese Sendung hier ist fünf Jahre her. Du bist heute MC Fittys Vorband. Performe ein Lied auf der Bühne. Wollen die Zuschauer eine Zugabe, hast du gewonnen. Nein, Leute. So, jetzt mal. Also das hat sich auch in der ganzen Zeit, und da schaffst du nie. Nicht verändert, dass es immer mal wieder Aufgaben gibt, wo du denkst, die kann man nicht schaffen. Jawohl. Ey, das ist, das ist echt, das, wie soll ich das denn? Ich muss auch Aufgaben nehmen, die man auch schaffen kann. Sebastian Meinberg weiß, dass er, glaube ich, der unmusikalischste Mensch dieser Welt ist. Ich habe den Meinberg auch. Ich arbeite schon länger mit ihm zusammen. Ich habe ihn noch nie Musik hören gesehen, oder geschweige denn irgendwas über Musik mal erzählt. In der kurzen Zeit einen Song schreiben, als unmusikalischer Mensch, den dann performen und dann soll das Publikum irgendwie davon auch begeistert sein. Und ich kenne keine Sau. Das muss man auch dazu sagen. Damals kannte uns niemand, weil diese Videos hatten, wenn sie überhaupt auf YouTube waren, 257 Klicks. So. Und das war auch nur verklickt oder bei der Mutter. Man weiß überhaupt nicht, bei diesem scheiß Musikbett, wann es da überhaupt losgehen soll. Mit dem Gesang. Da ist ja nirgendwo mal, das geht immer so. Abfuck. Oh Gott, das ist furchtbar. Wir machen eine Aufgabe, die man eh nicht schaffen kann. Das ist eure beschissene, verfickte Regel. Ich weiß noch, wie du mich angerufen hast. Ari, 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 was Schlimmes ist passiert? Hast du heute Zeit? Was? Du musst mitkommen. Oh nein, das ist so schlimm. Ja, eigentlich war das ja nur eine Aufgabe für mich, aber du kommst auch drin vor. Guck mal hier, wen ich da eingepackt habe. Da, die liebe Ari, ne? Oh Gott. Ah, wer ist die Frau? Oh Gott. Oh, erschrocken. Wer ist diese Frau? Warum sieht die aus wie irgendjemand aus Texas? Also auch mit der Schminkflinte angeschossen da am Morgen. Und dann der Onkel Meini, der textet jetzt schön was. Und dann singen wir ein schönes Liebesduett und wickeln hoffentlich das Publikum um den Finger. Top motiviert. Also, wir rocken den Shit. Oh Gott, wir schleppen uns rein. Rote, gelbe, blaue, grüne. Das ist ein Kack-Elite. Das ist ein Kack-Text. Ich verpasse meine Einsätze. Meinberg, so emotional habe ich sie ja noch gar nie erlebt. Das ist ja wahr. Ihnen geht richtig die Pumpe, oder? Ich ne. Alter, ich... Die Lache ist immer noch so garstig und eklig, ne? Da steigt in dir so ein Kribbeln hoch, aber so ein unangenehmes und die Hände werden schwitzig und so. Ich weiß noch genau, wie das war. Das war... Das ist so da, wo ich sozusagen am verletzlichsten bin. In meiner Künstlerseele. Ich bin halt ein Künstler, aber ich kann halt nicht singen, verdammt! Ich erinnere mich, ich musste ja dann auch auf die Bühne gehen. Ich glaube, da war ich auch ein bisschen nervös. Macht mal Lärm! Macht mal Lärm. Hat er das im Erste-Klasse-Bühnen-Dialog? Da hat er sich gefühlt wie Joko Winterscheid. Bevor es gleich losgeht mit dem MC-FITTY-Konzert, haben wir noch ein echtes Highlight für euch. Ah, jetzt kommt ein Gag. Wir haben hier unten den zweiten Platz vom Casting-Wettbewerb. Musik ist meine Leidenschaft. Heute ist sein allererster Auftritt. Macht mal richtig Lärm. Für Sebastian! Gott, und so, da holt er sich so einen billigen Lacher ab. So einen billigen Lacher. Meinberg! Meinberg! Ja, ein Kapellmeister, wir könnten dann. Ich bin kein Songwriter und ich wär jetzt gern breiter. Ich weiß, Flamingos und Flipper wären jetzt irgendwie hipper. Mein Bart ist zu kurz, meine Rhyme nur in kurz. Doch eins muss ich fragen, Marc, möchtest du mich haben? Meine Faust macht gleich Jojo. Dabei schreien es laut. Jolo! Für eins muss ich dir sagen, Marc, ich möchtest du nicht schlagen. Sondern die schwarze, kleine, hässliche, blöde, verfickte Kack! Prost, Marc! Du bist ein geiler Hengst. Wenn ich danke, du hängst. Du bist ein großer Bock. Mit dem Knie kommt. Oh, oh, oh. Marc, was ich immer schon mal sagen wollte. Ich hoffe, dass ich deinen kleinen Arsch bleib. Das war sexistisch, Ari, was wir gesungen haben. Ja, Zeiten ändern sich. Und von euch wünsche ich mir eigentlich nur das, dass ihr laut oder leise wenigstens ein bisschen Zugabe ruft. Dieser Block hier ist für euch, meine Lieben. Schwierig, schwierig. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die meisten Sachen einfach gar nicht mehr angucke, weil ich es nicht kann. Weil diese Fremdscham meine Seele zerreißt und ich dann wieder das Wochenende durchheule. Aber das ist schon sehr speziell. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Das ist schon sehr speziell. Dürfen wir euch nur einen geben, nur eine Zeile. Super! Das ist eindeutig. Was heißt ja, das ist eindeutig? Hey, ganz ehrlich, ich zweifle diese Entscheidung bis heute an. Es hat einer von diesen ganzen Leuten aus Mitleid Zugabe gerufen. Und das hat gereicht, dass die diese Challenge gewinnen. So bis heute bin ich da strikt dagegen. Alter, was war das denn, bitte? Was war das denn, bitte? Ja, das war scheiße. Ich fand's richtig super, Alter. Geil! So, hey, Alter! Erst der Auftritt und dann so, äh, MC Fittgenberger. Guck mal, wie fand's so uns denn? Das ist einfach von A bis Z alles furchtbar. Wir haben ja die Strafe damals immer noch direkt hinten dran gedreht. Ja. Ja. Es war einfach dann schnell vorbei. Sei das Handtuch der verschwitzten MC Fitti-Fans. Ja, Marc, hey! Dieser kleine, dieses Sackgesicht. Spul mal zurück. Seht ihr dieses kleine Sackgesicht? Das rotzt in mein Hemd rein. Ach ja, das war wirklich eklig. Genau. Man muss der Fairness halber dazu sagen, so war auch ein bisschen schön für mich. Und dann Stahl ist an dem abgeschritten. Hat man ja! Juhu! 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 Das einzige, was gut ist an der Geschichte, was bei allen alten Folgen, wie wir schon festgestellt haben, so ist, dass sie sehr kurz sind. Das heißt, sie sind schlimm und peinlich, aber sie sind auch sehr schnell wieder vorbei. Und das ist ein Vorteil. Wenn euch diese Classics gefallen, dann lasst mal ein Abo da, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folgen mehr. Und hier seht ihr, dass auch Frau Ariane Alter mal auf eine Bühne musste und es ähnlich unangenehm war wie das hier. Oder geht mal raus! Ein bisschen Vitamin D tanken. Ich geh jetzt, mir reicht das. Tschüss!